ich hasse dieses spiel das ist nicht wahr zünden und explodieren ob ich schön da wenigstens kannst du feuerwerk machen hey toll immer so viel wie geht wow nichts wirklich relevantes mhm danke ich mache jetzt mal den übung ja so ich habe bei mir jetzt auch wieder die aufnahme gestartet mal gucken wie die framerate sich jetzt hey cody over here over here let's make a race um ready folge in den zeitblasen und erreiche das ziel ich glaube da habe ich kann mich so hart abgezogen echt ich glaube es wird ein exklusives oh mann ich glaube ich habe gerade wieder abgezogen ok nein ich glaube ich werde explodieren was niemals wir hatten 2 0 natürlich natürlich ich bin ihm wenig gute brennen weiß ich deswegen hol ich auch ob ich hoffe hey ma oder muss ich springen dann muss ich auch springen dann aus boot rüber dann darüber ja genau ne warte hier nein ich bin dumm ja genau dann hier hoch und dann darüber lustig dass meine figur halt immer permanent nicht läuft da ist kein problem macht meine arme unten hallo unten oh Gott ich kann den button so oft eindrücken wie ich will weißt du er darfst du nicht so häufig ruckelt die sau ja ich habe die aufnahme wieder abgestellt hallo ich will nämlich nicht die qualität unterstellen ja komm am arsch ich gebe auf higne du hast du bist in jedem spiel einfach besser als ich kannst du es nochmal sagen kam leider im discord nicht an higne sekunde sekunde mit kamera ja higne du bist in jedem spiel besser als ich ich gebe es zu dafür das 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 wird ein das wird ein clip das wird mein neuer follower nein so ist das higne du bist einfach in jedem spiel besser als ich nicht besser liebe es liebe es hast du schon gesagt hallo ich hätte schon meinen Lieblingszollern ach ja ach ja die hütte beginnt ja ja lass ihn vielleicht gibt es ja noch mehr zu oh guck mal higne ich habe uns wieder gefunden ich habe uns wieder gefunden ah da unten ja ja da müssen wir das ja wir müssen da glaube ich ne ja guck mal da kann ich da kann ich oben das das rückchen das kann ich runterdrehen okay guck mal da kann ich das hier machen ah ja okay äh jemals müssen wir da ja kontrollieren wie ja du musst hier irgendwie rüberziehen ja anders so ja ich höre es oh warte hier ist ein schalter das sieht gut aus weg mit dem feuer weg mit dem feuer äh hallo so wir löschen den brand ja wir sind die besten feuerbeleute überhaupt ich habe mich eingeholt ich habe mich eingeholt ich habe da was gemacht ich weiß nicht ob das äh aui so äh warte oh warte ich kann hier irgendwas tun ja oh äh kannst du warte mal ja nee geht das so äh ja warte eigentlich gut so ähm oh guck mal die sind ja am holzfäller am holzfäller hacken holzfäller hacken sind die warte mal warte mal wo bist du da nein stopp ach so ah hier tschu 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 ähm tschu 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 ähm tschu 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 golla laf der zockert da hat es gezockert da der zockert der zockert schiebt mich durch den jäger okay ähm warte warte richtig rein ja und haben gesehen zack so hier pass auf jetzt die andere oh ähm hä ja das ist gut hä ach ja du musst das ne warte was ach so ja du musst das beides machen mhm ach so jetzt stopp sie hier yes oh guck mal was der liebes tunnel ja reiner reiner alles leicht tritt nach triboot ja was so ah ok vor allem jetzt 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 mach doch mal was jetzt streng dich auch mal an bewegte beweg deinen kleinen fett den hintern mach ich doch hallo sehe ich nicht ja ähm anrein jungs anrein jungs moin mädels moin mädels ah moment was ähm ich hab äh angst vor dunkelheit ok dann tippel äh geh ich wieder zum also muss ich mal ganz kurz mehr was zu trinken holen ach so ja alles klar dann fahre ich wieder zurück und dann springe ich hier noch ein bisschen rum und dann holst du dir was zu trinken ähm aui und äh irgendwo irgendwo könnte man hier auch noch äh schweinchen irgendwas könnte man hier noch mit schweinchen machen oh guck mal sie gießt die blumen oder was auch immer ah hier ah da sind die schweinchen alter ich muss die schweine treten es ist ein dickes schwein geworden der re ja bitte triffst du wieder die schweine äh ja schon wieder ich hab versehentlichen schwein getreten willst du willst du auch ein schweinchen treten ja ok ich weiß nicht ob das so moralisch in Ordnung so weißt du noch wie damals das arme schweinchen auf Bauernhof ach nee da komm ich ja weg und wir hörten keine schweine weg da so und jetzt musst du hoppla jetzt musst du hier hin jetzt musst du hier hin und dem schwein die karotten gehen jetzt wird das im kleinen schwein wie grotig grotig und das kommt zum schlachten nein oh abgerechnet tierhaltung ja das kommt nicht zum schlachten das fährt in die ferien ja 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 das fährt in das geht in die ferien war das war das fröhlich das so fröhlich wie immer und jetzt gehen sie da rein in ihr ferienhauschen warum waren die warum ist da eine wurst oben drauf keine ahnung das ist das ist bestimmt ein ganz ein ganz nettes ferienhäuschen wo sie glücklich sind und nie wieder rauskommen das ist wo die lächeln ja also guck mal das lächelnde schwein ja es ist vielleicht ein sehr au kann ich da auch rein was denn du bist auch ein schwein ja ok hallo hallo ein schwein frage was müssen wir eigentlich machen ich weiß es nicht ich habe noch ein bimmel gefunden warte mal da gibt es noch mehrere von denen die noch kommt sie zur kirche höhget höhget ich habe frohe kunde zu verbringen ich verkünde frohe botschaften warte mach nochmal äh was denn die äh kirchendocke hallo werte lady ähm äh sekunde so und ich glaube das macht ihm ja nichts schade na gut dann eben dich hm schade hey hey gibt es hier noch mehr zu entdecken ja bestimmt ich glaube tatsächlich nicht mehr ne ich glaube auch nicht mehr hey oh guck mal sie holt Wasser oh wer hallo und jetzt bringt sie es wieder rein ja lalala lalalala lalala lalala ähm 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 ich ne wo bin ich verstehe ähm ich ne wo bin ich ähm ja wo bin ich oh guck mal hier ist ein bisschen witzel i'm a wizard äh okay was was ja mach mal guck mal ah ja wir sind Profis wir sind Profis hey wine house bitte was amy wine also amy wine wine house was amys house wine amys wine house im liebestunnel ging es noch weiter oh ja der liebestunnel hängel der liebestunnel stimmt eigentlich haben wir ja aufgehört ne mh it's a love tunnel miau it's a tunnel of love genau da doch hier hene ich verstehe schon hab das spiel ja trampel 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 da 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 kohle 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 das ist aber gespenstisch wir sind aber gruselig mhm obwohl die hätte ich gerne als nachttischlampe was für eine schlampe nachttischlampe oh hier können wir können wir hier anhalten ähm ich weiß nicht was hier ist ähm tschuldigung tschuldigung ähm 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 legend of zelda legend of zelda let's go Einfach mal durchdäschen. Warum muss ich gerade an Legend of Zelda denken? Warum habe ich gerade so Flashbacks? Ich habe mehr. Sicher? Ja, ich glaube schon. Glaubst du? Weiß nicht. Das sind meine. Und jetzt? Ja, den habe ich auch gekriegt. So und jetzt? Guter Mann, wir haben all eure Edelsteine geklaut. Es ist gefährlich, zu gehen. Ich bin jetzt total fertig. Ja. Es ist gefährlich, zu gehen, allein zu gehen. Neh, was hat er jetzt gemacht? Ähm, okay, der bewegt sie. Ich mache sie weg. Okay, der geht immer in T-Pose. Kannst du sonst hier nichts machen? Ne. Also. Wir haben nicht irgendwie so ein Easter Egg freigeschaltet oder so, ne? Nö. Ein Juni. Lass mich raus! 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 Na, okay. Nur, dass man weiter trampelt, ne? Okay, wir trampeln weiter. Du bist ja so ein Trompe-Tier. Trump. So, und jetzt? Eine Word. Oh, Hegner. Wo ist denn deine Hand? Lass mich... Ich bin fast fertig. Chef, was machen Sie denn mit dem Schaltknöppel? Das ist kein Schaltknöppel, das ist meine Automatik. Ja. Bitte nicht. Ich hatte erst so ein Schiff. Fräulein von der Blotz, genau. Ja, oder nicht? Ja, gut. Das war's dann, glaube ich. Ich führe Fräulein Blondefotz nur unseren neuen Wagen vor. Wee, Surfing. Surfing USA. Okay. Geil. Yeah. Und weiter geht's. Yippie. Wee. Gun, 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 gun. Hui, 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 hui. Wie ich mit den Armen auf so hin und her schlackere. Ja, du. Hui. Okay, du längst dich rechts. Hahaha. Hahaha. Wow, that clock tower is huge. Huge. You know where we're going? Exactly. But to get inside, you need to unravel the secrets of the smaller towers. Who knows? You see? Here's a thought. Why don't you just let us in the tall clock tower straight away? Yeah, we need to get back to our real bodies as soon as possible. Don't stress me. Time is an illusion. There's only now. Can't you feel it? There's nothing else than now. Everything happened now. 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 Can you feel it? Oh, yeah. I can feel it. You are very annoying. Right now. Now. Hey, Buck. What's that strange fear over there? Yeah. That's my friends. You have to figure out yourselves. Woo. We are not his friends. Hey, Cody. I've got an idea. Maybe we can use those birds. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020